Hallo Leute, ich habe es nachgeschaut, die Nestboxen bei Draw Fortress, die werden im, ja wie heißt das Ding jetzt, im Craft Draws Workshop gebaut, da müssen wir hin, wisst ihr Bescheid, nach dem Logo gehen wir rein und fangen da an zu basteln und gucken, dass wir weiterkommen. So, New Task, können wir aus Rock machen, und die Nestboxen müssen jetzt hier irgendwo sein, da, noch mal ein paar mehr, Leertaste, damit es auch vorangeht, ne? Gut, äh, macht er jetzt welche, das ist die Frage, ne? Ich glaube schon, oder? Tische haben wir hier, oh, wir haben ja ganz viele Sachen schon drin, ne? Türen, Blöcke hat er gemacht. Ne, jetzt sind wir im falschen Laden, hier müssen wir sein. Ist das jetzt der aktuelle Task? Ist auf jeden Fall jemand drin und der müsste ja gleich hier landen, oder? Jetzt ist da was verschwunden, da haben wir rausgenommen, oder? Figurina, Figurina of Draws, ich glaube wir brechen das mal ab, und er soll mal nur das jetzt gerade machen. Er wiederholt das ja auch. Jetzt war hier ein Gneiss, holt er jetzt was? Macht er noch was? Ah, ja, der hat den Materialblock geholt, ne? Ah, jetzt ist wieder das Falsche hier, ich sehe schon, ah, komm, nochmal das Ganze. Rock und Nestbox und wiederhol das mal gerade ein paar Mal. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt hin, ne? Ist hier irgendwas passiert? Eine Karawane. Wir sind mit Karawanen zugeschlagen, glaube ich. Jetzt hat er auch noch hier so ein Ding ins. Mute. Lass uns das gerade hier durchlesen. Masterpiece, okay. Zwei. Okay, das ist alles halb so wild dann. Da ist die Karawane. Da gibt es nichts mehr zum Essen zu kochen. Es ist Regen aufgetaucht. Stonecrafter. Bunnies, ist klar. Und Society ist er raus. Jetzt hat er claimt den Mysterious Construction. Ich hoffe, der kriegt alle seine Sachen da im Craftstraws Workshop. Das haben wir ja gerade gesehen, dass er den geclaimt hat. Da unten... Ah, nee, das ist das gleiche, oder? Jetzt ist die Frage, das ist er. Ob er alles hat. Lass einfach weiterlaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob er was macht oder nicht. Lass uns mal den Crafts and this building has been claimed by Vermeer keeps muttering. So heißt das. Aber ich glaube, er hat alles, sonst würde er das da stehen, oder? Und da ist auch irgendwie sowas gerade angezeigt worden. Das ist gut von uns gegangen. So, jetzt ist die Frage. Immer noch keine Nestboxen, ne? So, jetzt hätte ich es gerne, dass das mal passiert. Irgendwann müssen wir doch mal eine Nestbox jetzt kriegen, oder? Ah, jetzt kommt hier wieder einer rein mit einem Stein, oder? Hier haben wir nicht genug Lagerfläche, da müssen wir auch erweitern. Ich will jetzt sehen, dass wir die erste Nestbox mal hier haben. Ah, da ist sie. Gut. Steuerung, kriegen wir das ein bisschen größer, ja. So, und dann müssen wir hier mal welche platzieren, ne? Ist das unter Furniture? Ich weiß es nicht mehr. Ne, Farmers Geschichten war das. Farming, und dann waren die Nestboxen, ja, da ist sie. Gucken, wie wir da hinkriegen. Okay, wir haben fünf Stück oder so, ne, wir haben mehr wohl. So, das war die letzte, oder wie ist das? Ja. So, das heißt, er muss noch welche machen, aber hier sind schon tatsächlich welche reingebracht worden. So, und dann müssen wir welche zum Schlachten wieder auswählen, auch, ne? Weil wir haben hier zu viele Leute, äh, zu viele Viecher dran, ne? Aber jetzt holt er noch was, wir brauchen dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf Stück, würde ich gerne noch haben wollen. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel größere Lager, für Rings, und solche Sachen da, aber hier ist ja nichts drin, ne? Klicken wir mal, Accept, und, finished goods, custom, Armour nicht, Backpack nicht, Ketten nicht, Quatsches nicht, Flasks, ne, Footwear nicht, Nequewear nicht, das brauchen wir auch nicht, Weiber nicht, Splints auch nicht, Tools nicht, der Rest kann drinnen bleiben, von, da kann alles rein, ich glaube, so ist das schon ganz gut. Ich hoffe, dann wird dieses, Ah, da ist jetzt, Ah, müssen wir mal gucken, ob da was reingelegt wird. So, Nestboxen nochmal machen. Workshop, Farming, Nestbox, da haben wir. Und jetzt haben wir keine mehr. Das heißt, es müssen noch mehr gemacht werden. Hier steht eine Tür drinnen, und Tische sind da auch. Aber es ist keine Karawane da. Das waren wohl alte Sachen, oder sie sind schon wieder weg? Company of First of Pharma Guild has been established. Okay. Eine Gilde haben wir jetzt auf jeden Fall, naja, eine Bauerngilde. Wo ich die angucken kann, weiß ich nicht. Steht hier noch was? Open the announcement screen. Ja, aber wo ist hier? Achso, da müsste hier ja was mit Gilden sein. Combat Sparing. Military is klar. Okay, wir haben schon vier Masterpieces gemacht. Das ist was daneben gegangen ist. Das sind die Jobs. Ah, hier stehen sie drinnen unter Labor. Okay, dann können wir da jetzt auch nichts mehr machen. Ich weiß auch nicht, ob da was noch am Ende zu tun ist für. So, jetzt haben wir irgendwie keine Steine mehr, ne? Aber die sind ja hier unten. Ist auch ziemlich weit weg, ne? Gehen wir mal auf diese Stufe der Ansicht. Holt er denn jetzt Steine? Wheelbarrow ist jetzt hier. Da könnte man einstellen, wo man es wegholt, ne? Choose the stockpile to which the selected stockpile will give items. Choose the stockpile from which the selected stockpile will take items. Das will ich von hier nehmen. Done. Ich hoffe, der macht da. Ah, da holt einer jetzt und dann wird er auch vollgeladen. Das ist schon mal gut. Weil ich glaube, er ist es jetzt hier, der gerade ganz viel da hoch trägt, oder? Ne, da ist er schon, oder? Ist er das? War er das? Wenn er das war, dann müssen wir ja jetzt eine Nestbox haben. Haben wir auch, okay. Er hat zwei ja schon gemacht. Jetzt brauchen wir noch. Zwei. Da. Machen wir das gerade weg. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir das haben. Das gibt auf jeden Fall noch eine. Und das war's jetzt. Er macht auf jeden Fall noch eine. Warte, wir können ja dann auch add new task. Org. So, dann macht er zwei und dann ist er fertig. Weil da müssen wir noch zwei hin und wenn nicht, dann können wir auch noch mal nach draußen stellen. So, jetzt müssen wir noch in die Liste mit den Animals. Ja, hier rüber kommen wir dahin, oder? Doch. Jetzt müssen wir mal gucken, wen wir hier schlachten oder nicht schlachten. Hier kann man auch nach Tieren sortieren. Okay. Also Bunny ist nicht. Ich glaube, das sind unsere ältesten Tiere hier, oder? Aber ich habe doch hier sortiert nach Profession. Aha, das ist wohl wahrscheinlich hier. Da werden wir erstmal ein paar über den anderen schicken. Haben viel zu viele. Drei lassen wir da. Die Hühner, das haben wir Lämmer. Hier sind noch Hühner. So, der Rest bleibt. Stray Dough Rabbit. Ein paar weniger machen. Hier auch. Und die gehören nicht von jemandem. Okay, dann kann das aber so bleiben und das ist erstmal gut. Die können jetzt geschlachtet werden. So, hier sind schon Ringe und sowas drin. Jetzt hat er hier was. Gehen wir da weg. Da ist doch irgendwie... Achso, eine Nestbox ist da. Okay. Sehr schön. Dann können wir die da oben gleich einbauen. So, jetzt sollten wir keine mehr haben. Und er hat jetzt hier aber auch nichts zu tun. Und Add. Machen wir was aus Stein. Accept da haben wir noch nicht gehabt. Wiederhol das mal. Das soll dann nachher hier rein, ne? Oder hier rein. Da sind noch Figuren. Hat aber zwei nur gemacht bis jetzt. Okay. Was wir hier reinbauen wollten, weiß ich schon nicht mehr. Können auf jeden Fall den Gang mal hier noch ein Stück breiter machen. So. Wie sieht es hier aus. Da laufen gerade nach hier unten noch einige Leute. Und. Radieren wir das mal hier gerade ein Stück weg. Ja. Läuft erstmal. Was machen denn unsere Zimmerchen da unten? So. Hier. Sind die Türen noch an falscher Stelle? Nein. Das ist tatsächlich schon hier was besser, ne? Structures. Doors. Achso hier. Doors. Da muss einer hin. Da muss einer hin. Da muss einer hin. Da. 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 da da dort dort und da auch die da oben haben wir schon hier unten ist auch alles fertig da sondern erst mal die türen weg so und so geht das jetzt einer raum gegangen jetzt können wir noch gucken dass wir noch betten kriegen da muss noch eins rein da da ist erstmal was drinnen da kann auch noch 12 weiter höher zu dem boden haben wir ja auch schon geglättet das müssen wir überall noch machen oder so hin da ist was da ist noch keins so jetzt haben wir erstmal betten hier gemacht und das machen sie sofort auch krass kommen wir hier so alles wird alles sofort geglättet so wird das schick gemacht nehmen wir hier schick machen und da schick machen geht hier auch schick weiß ich gar nicht treppen sind schon schick da sind sie alle mit beschäftigt so wie es aussieht ok das heißt räume sind erstmal schick gut dann sind wir hier schon wieder einen schritt weiter das mit den türen das weiß ich immer noch nicht hier wie man die abreißt da muss ich mich nicht drum kümmern ok ich würde aber sagen wir mal erst hier einen cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt ein daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne video auf anderen kanälen teilen ja und so weiter ne was ist hier achso die sind geschlachtet worden dann passt das schon ich wollte schon gerade sagen wer ist denn hier gestorben oder angegriffen worden oder sowas weather is cleared bunny geboren das hatten wir schon tierist imalu deep planta has grown attached to a copper battle axe wo war das keine ahne wo das war ok macht's gut bis dann ciao ein ihr interesse ihr Untertitelung des ZDF, 2020